guten morgen ihr lieben wir machen türchen nummer 18 auf nicht mehr lange durch mit dem kalender und hier haben wir 718 richtig schöner du da wieder tun sehr schön gefällt mir auf jeden fall sehr gut ich habe gestern endlich mal meine abe farben einsortiert und hast du sehen eine farbe habe ich das ist das orange gewesen ich weiß nicht mal welche nummer das war doppelt das ist aber nicht schlimm das geht im vorrat aber die farbe kann man immer ich glaube die farbe habe ich aber noch nicht die werde ich dann nachher auch einsortieren ja und dann sehen wir uns morgen zum neuen 10 türen wieder bis morgen ihr lieben